Heute hab ich meinen neuen Anzug an, sind auch wieder alle Knötze dran, denn heute Abend muss ich gut aussehen. Wieso? Julu kommt heute zurück. Oh nein! Muss mir jetzt ein bisschen Geld noch leihen. Schuhe putzen, Haare waschen, muss auch sein. Und dann muss ich mich noch gut wasieren. Wozu? Julu kommt heute zurück. Heiliger Strohsack! Ich hab so viele Mädchen sehr geliebt hier im Städtchen, doch falls Julu jetzt gibt, bin ich in Julu verliebt. Ich bestell jetzt meine Zeitung ab, weil ich nur noch Zeit für Julu hab und ich freu mich aufs Nachhause gehen. Wollen Sie damit sagen? Julu kommt heute zurück. Huch, da kommt sie schon. Mach Platz, mach Platz. Hallo Kleiner. Guten Tag Lulu, wie geht es dir? Schön. Wow. Schön. Julu ist wieder da. Sofort kommst du her, geht los. Los unterdurch. Oh, schon gut. Au. Julu ist wieder da. Ich hab so viele Mädchen sehr geliebt hier im Städtchen. So, das hören wir jetzt auch. Doch, weil's Julu jetzt gibt, bin ich in Julu verliebt. Jetzt hör mal zu, du bestellst sofort deine Zeitung ab. Weil ich nur noch Zeit für Julu hab und ich freu mich aufs Nachhause gehen. Julu ist wieder da. So ist es, Freunde. Julu ist wieder da. 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 Vielen Dank.